Das Wunder ist tatsächlich vollbracht und der 1. FC Saarbrücken wirft den großen FC Bayern München schon in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal. Heute mal keine Taktikanalyse zum Spiel, gut das ein oder andere Detail wird halt trotzdem hier besprochen, aber ich wollte halt dennoch, auch wenn ich jetzt kein Bildmaterial habe, einfach mal so meine Erkenntnisse zum Spiel euch mitteilen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Zunächst starteten die Bayern in ihrer gewohnten 4-2-3-1-Formation, die dann im Ballbesitz, wie eigentlich mittlerweile auch gewohnt, unter Tuchel zu einem 2-3-5 wurde. Allerdings direkt mal das erste Problem, Matthijs de Ligt hat sich verletzt, dementsprechend auch weil Upamecano derzeit nicht im Kader ist, hatte man nur noch Kim als Innenverteidiger, Kimmich musste einst nach hinten und Leimer kam auf die 6, ist schon mal nicht ganz so optimal. Dennoch mal unabhängig davon war die erste Halbzeit von Bayern wirklich sehr schlecht. Man hatte glaube ich nur eine wirkliche Chance und das war das Tor von Müller, während Saarbrücken gute Ansätze hatte, nicht wirklich zu Chancen kam. Aber dann kurz vor der Halbzeit tatsächlich zum Ausgleich kam und ja, es hatte sich gewissermaßen angebahnt, aber dennoch war das schon sehr überraschend. Dann war es in der zweiten Halbzeit aber mal ein ganz anderes Bild. Die Bayern wirklich spielbestimmend spielten sich Chancen heraus, aber halt auch viele Distanzschüsse, die da dabei waren und jetzt nicht unbedingt wirklich klare Torchancen im 16er. Ich meine, Schupo Moteng hat als Stürmer durchgespielt und der hat eigentlich keinen wirklich nennenswerten Abschluss, wenn man mal darüber nachdenkt. Und ich glaube, das zeigt schon mal ganz gut, wo da das Problem war, nämlich in der Chancenkreation, auch wenn man natürlich einige Schüsse hatte, die der Saarbrückener Schlussmann mit Schreiber auch wirklich sehr gut pariert hat. Und den muss man generell loben, überragendes Pokalspiel in einem überragenden Pokalfight. Also Saarbrücken hat auch wirklich alles reingeworfen, sonst wäre dieser Erfolg auf keinen Fall möglich gewesen. Da hat es schon alles von denen abverlangt. Von den Bayern wiederum gab es wirklich schwache Einzelleistungen. Vor allem Min Jae Kim war da wirklich sehr schwach an dem Tag. Hatte zum einen den Fehlpass und dann die schwache Grätsche beim Tor zum Ausgleich. Aber dann halt auch danach wirklich einige Aussetzer, viele Fehlpässe. Und das war wirklich ein sehr schwaches Spiel, wenn man berücksichtigt, für wie viele Millionen Euro er verpflichtet wurde. Tuchel tätigt dann aber einen Dreifachwechsel in der 60. Spielminute und stellt damit dann auf eine Dreierkette hinten um. Was jetzt mit nur einem fitten Innenverteidiger nicht ganz optimal ist. Es hat dann zunächst geklappt mit Min Jae Kim zentral, Laima rechts. Kimmich ist dann wieder auf die 6 nach vorne. Und links in der Dreierkette hatte man Alphonso Davies. Und ich glaube, wenn man sich zurückerinnert, wann Davies das letzte Mal linker Innenverteidiger in einer Dreierkette gespielt hat, dann war das noch unter Nagelsmann. Und zwar beim Champions League aus im Rückspiel gegen Villarreal, wo dann ja auch der Angriff über seine Seite lief. Und genau das ist hier auch passiert. Aber bevor wir zum letztendlich entscheidenden Treffer kommen, zuvor waren die Bayern weiterhin spielbestimmend. Hatten dann auf den 10er Positionen im Halbraum Musiala und Coman, die auch nochmal für Gefahr gesorgt haben. Aber Saarbrücken konnte alles entschärfen. Hat kein Tor zugelassen. Und dann tatsächlich einen sehr mutigen Wechsel vorgenommen. In der 83. Spielminute kam nämlich mit Brünker für Sontheimer ein Stürmer für einen Sechser ins Spiel. Da denkt man sich schon, okay, warum wechseln die jetzt so offensiv? Ziel, also der Trainer von Saarbrücken hat es dann nach dem Spiel auch genauso erläutert, wie es letztendlich eingetroffen ist. Und zwar wollte man keinesfalls in die Verlängerung gehen, weil man sich eigentlich sicher war, dass man da dann über kurz oder lang verlieren würde. Und man hat dann wirklich noch auf Sieg gespielt. War dann zunächst nicht unbedingt zu sehen nach dem Wechsel. Aber man hat halt wirklich bis zur letzten Minute quasi gewartet. Und hat es dann tatsächlich spielerisch richtig gut gelöst. In dem Fall war es dann eben ein Tiefenball auf Sivea, der quer legt. Aber zuvor, da tornt irgendwie Leimer im Mittelfeld herum, obwohl er rechter Innenverteidiger ist. Davies wird dann eben gebunden. Und somit hast du hinten halt eigentlich nur noch Kim. Und Kimmich, der eigentlich nur noch hinterher rennen konnte. Eigentlich wäre es ja eine Fünferkette gegen den Ball. Aber sowohl Coman als auch Gnabry waren da eben nicht hinten. Coman war ein bisschen zu spät. Und generell mit Davies und Leimer kannst du halt nicht wirklich verteidigen. Und das war dann halt schon irgendwie eine Offenbarung. Ich will jetzt nicht sagen taktischer Natur, weil, keine Ahnung, will ich da Tuchel einen großen Vorwurf machen. In der Hinsicht jetzt erstmal nicht. Aber von der Kaderplanung ist es halt schon recht schwach, wenn du nur drei Innenverteidiger im Kader hast. Und dann halt aufgrund von Verletzungsgründen nur noch einen hast, der spielen kann. Da muss man sich schon hinterfragen. Ich glaube, das hat man auch schon vor dem Spiel getan. Gut, kann man jetzt nicht ändern. Außer man hätte Boateng geholt. Aber gut, ist auch nochmal ein anderes Thema. Um da nochmal auf Tuchel einzugehen. Warum in aller Welt bringt der Harry Kane nicht? Er hat dann danach gemeint, er wäre direkt zur Verlängerung gekommen. Aber ganz ehrlich, bring ihn doch früher. Der hat sich das komplette Spiel über warm gemacht gefühlt. Kam dann gar nicht rein. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als hätte man ihn komplett schonen müssen. Klar, er muss nicht starten. Lass Shubomoteng starten. Aber bring ihn dann halt irgendwann, wenn man merkt, dass es noch knapp ist. So hat das irgendwie letztendlich schon so einen überheblichen Beigeschmack. Auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt vorwerfen möchte. Aber ganz ehrlich, man hat jetzt verloren. Das kann man nicht rückgängig machen. Und das ist jetzt natürlich schon ein enormer Rückschritt für die Bayern. Ich meine, das Triple ist nicht mehr möglich. Ansonsten sieht es auch nicht so gut aus. Man sollte es jetzt nicht überbewerten. Aber es ist natürlich schon schmerzhaft, wenn man vor allem die vergangenen Pokalauftritte der Bayern ansieht. Ich meine, vor sechs Monaten habe ich ein Video hochgeladen. Das hieß ebenfalls Spiel gedreht zur Sensation. Damals war es gegen Freiburg. War meine bis diese Woche meistgeklickte Taktikanalyse. Jetzt ist es das Bayern-Spiel gegen Gala. Somit schon die zweite Niederlage Tuchels in drei DFB-Pokalspielen mit Bayern. Also das ist, glaube ich, somit die schlechteste Bilanz, die ein Bayern-Trainer haben kann in dem Wettbewerb. Aber generell waren die Bayern ja sehr schwach im DFB-Pokal in den letzten Jahren. Schon zuvor hatte man ja die Blamagen gegen Kiel und Gladbach. Ebenfalls in der zweiten Runde. Aber gut, in dem Fall kann ich gut damit leben. Da vor allem auch Leipzig schon aus dem Pokal raus ist. Und vielleicht bekommen wir ja mal wirklich wieder einen richtig nice Gewinner. Ist jetzt auf jeden Fall sehr spannend mit nur noch sechs von 16 Bundesligisten im Wettbewerb. Und mal schauen, was so passiert. Bin gespannt auf die Auslosung. Das könnte wirklich eine sehr coole DFB-Pokalsaison werden. Ansonsten ist es jetzt schade für Dortmund, dass Bayern jetzt sogar ohne Verlängerung in den Bayern anreisen darf für das Bundesliga-Topspiel. Also ich glaube, hätten die da nochmal Kräfte gelassen in der Verlängerung, wäre das auch nicht so schlecht gewesen für Dortmund. So ist es jetzt natürlich auch nicht die optimale Situation für Bayern. Aber ich glaube, die werden da jetzt richtig Wut im Bauch haben. Und mal schauen, was dann da so passieren wird in der Bundesliga. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Das war es soweit von mir. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. 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 Ciao.